Jolo, Jarik, wie geht's dir? Ach, das muss doch deine Freundin sein, ne? Hallo, ich bin die Mama, wie geht's dir? Grüß dich. Weißt du, ich komme aus Brasilien, da macht man das dann gleich so mit Küsschen. Links und rechts. Wir sind sehr aufgeschlossen, ne? Das weiß er auch. Schatz, du hast dein Zimmer wieder nicht aufgeräumt. Ich hätte doch gesagt, so kannst du keine neuen Spiele bekommen. Für deine Playstation. Wie schaust du schon wieder aus? Wenn deine Freundin kommt, kannst du doch nicht so Hosenträger anziehen. Das ist out. Und die Haare, das müssen wir auch hier ein bisschen anders machen. Schatz, als er jung war, war er noch so süß. Weißt du, kaum mehr kühle Eltern und passiert schon wieder das alles. Sag mal, mein Schatz, hast du deinen Laptop ausgemacht? Nicht, dass deine Freundin deine Pornos sieht, wie du versteckt zu Hause ankommst. Aber wir reden sehr offen über alles. Tust du das auch mit deinen Eltern? Hattet ihr schon mal ein bisschen so Petting? Nein? Nee? Nein? Nein? Ja?